was gehabt meine damen und herren mein name ist k1 und ja momentan gibt es probleme in meiner facebook seite die wurde irgendwie gesperrt war irgendwelche missgeburten gemeint haben dass sie mich melden müssen dass ich nicht der echte bin obwohl ich das schon in einem video gesagt habe dass www facebook.com facebook.com slash k1 25 meine echte seite ist trotzdem wurde die seite jetzt gerade gesperrt aber das wird jetzt in wenigen haben proben dann ist wieder alles cool und dann ist auch die fernseite mit 420.000 fans wieder zurück und werdet weiterhin bekommen so was anderes ich bin egal in stuttgart und diesen wege noch mal supported cosimo rufi cosimo an und es geht nicht mehr lange die brauche das bei vorbei cosimo hat gerade dank benson das final ticket und wir hoffen dass cosimo es machen wird supportet ihn cosimo an und neben mir der mann der sakos anzieht ohne hemd drunter immer ich war letztens mit ihm auf einer party in berlin dann kamen wir original an aus seiner limo ausgestiegen mit sakko und drunter einfach nichts also leute immer sagt ohne hinten mit brust rasiert ok leute wie gesagt supportet cosimo wir sind in stuttgart grüße an arfad grüße an bushido an die ganzen berliner jungs da oben ich vermisse euch und crime pace